Hallo und herzlich willkommen in dieser Folge. Die Geburt lässt auf sich warten und ihr fangt langsam an, darüber nachzudenken, was ihr denn zu Hause schon tun könntet, damit es vielleicht doch etwas früher losgeht. Sogenannte geburtseinleitende Maßnahmen. Da gibt es ja viele Hausmittelchen, viele Gerüchte und Mythen. Die werden wir heute mal beleuchten und gucken, was überhaupt die Wissenschaft dazu sagt. Stuhlgang, Sex, Treppensteigen, Fensterputzen etc. Auch der Wehencocktail findet hier heute Platz. Also bleibt dran, es geht los mit der Geburtseinleitung. Wenn ihr mal durch die Suchmaschine eurer Wahl das Thema Geburtseinleitung oder häusliche Geburtseinleitung, alternative Methoden der Geburtseinleitung jagt, dann werdet ihr sehr viele Treffer erlangen und sehr viele Informationen, wo ihr zum Schluss nicht viel schlauer seid. Ist da jetzt wirklich was dran oder ist das sogar zum Teil gefährlich? Schlagwort Wehencocktail, der ja oft auch Alkohol enthält. Und dem werden wir heute mal auf den Grund gehen. Fangen wir mal an mit dem Klassiker. Geschlechtsverkehr. Wochenweise vor der Geburt. Ist da was dran? Hilft das überhaupt? Der Hintergrund ist ja, dass das männliche Ejakulat Brustaclandine enthält. Ein Hormon, was jetzt am Ende der Schwangerschaft auch Rezeptoren findet an der Gebärmutter. Und diese Rezeptoren sorgen dafür, dass erstens der Muttermund ein bisschen weicher gemacht wird und zweitens, dass auch schon Wehen langsam gefördert werden könnten. Natürlich sind die Mengen eines solchen Ejakulats und auch des enthaltenen Brustaclandins nicht exorbitant hoch. Das ist aber eigentlich auch ganz gut, denn so kann man auch nicht überstimulieren. Ganz wichtiger Aspekt an dieser Stelle, diese Rezeptoren an der Gebärmutter für diese Brustaclandine sind erst am Ende der Schwangerschaft ausreichend vorhanden und nicht mehr besetzt, zum Beispiel von Progesteron. Progesteron sorgt also in der Schwangerschaft vorher dafür, dass da keine Brustaclandin-Rezeptoren entstehen beziehungsweise angedockt werden können. Und so kommt es eben auch in der Frühschwangerschaft selten zu gefährlichen Kontraktionen oder sogar Frühgeburtsbestrebungen, weshalb Sex in der Schwangerschaft ja grundsätzlich auch völlig okay ist, solange es eine unkomplizierte Schwangerschaft ist. Beim Sex haben wir aber auch noch einen weiteren Aspekt, beziehungsweise auch entweder bei der Stimulation der Brustwarzen, da komme ich gleich noch drauf, aber auch beim Orgasmus. Hier wird nämlich aus der Hypophyse ein Hormon freigesetzt, was sich Oxytocin nennt. Oxytocin hat mehrere Aufgaben im Körper, unter anderem natürlich sorgt es für den Milchspendereflex, aber es fördert eben auch die Kontraktion der Gebärmutter. Das ist ja zum Beispiel nach der Geburt gewollt, die soll sich ja zurückbilden. Schlauerweise passiert das Ganze beim Anlegen. Dabei wird nämlich Oxytocin freigesetzt. Aha, da haben wir auch die Brustwarzen-Stimulation an sich, die nämlich auch Oxytocin freisetzt und natürlich auch zu Kontraktionen führen kann. Also haben wir jetzt schon zwei Punkte, die beim Geschlechtsverkehr wehenförderlich sind. Oxytocin, Brustaclandin und jetzt kommt noch ein drittes. Denn durch diese mechanische Reizung des Penis am Muttermund können auch Wehen ausgelöst werden. Tatsächlich durch die Erschütterung und auch durch die Stimulation des äußeren Muttermundes. Wenn man da oft genug quasi dran rüttelt, dann wird die Gebärmutter auch mit Kontraktionen reagieren. Also drei Aspekte, die für den Geschlechtsverkehr vor der Geburt sprechen. Was sagt die Wissenschaft dazu? Ja, die sind sich uneins, wie so gerne. Es gibt Studien, die auch mehrere hundert Schwangere untersucht haben, die gezeigt haben, ja, Frauen, die vor dem Geburtstermin regelmäßig Sex haben, gehen weniger wahrscheinlich in eine Geburtsterminüberschreitung. Andere Studien haben nachgewiesen, dass es überhaupt keinen Unterschied gibt zwischen Frauen, die regelmäßig Sex haben und Frauen, die gar keinen Sex haben kurz vor der Geburt. Also was bleibt für dich? Du kannst das natürlich gerne mit deiner Partnerin, deinem Partner ausprobieren, wenn eine unkomplizierte Schwangerschaft vorliegt. Das ist die Voraussetzung für alle Arten von Geburtseinleitungsmethoden heute. Bleiben wir doch beim Thema Brustwarzenstimulation. Haben wir jetzt ja gehört, Oxytocin wird freigesetzt, ist ja grundsätzlich alles toll. Studien haben auch gezeigt, das könnte was bringen. Der Haken ist aber, dass man das ein bis drei Stunden täglich machen müsste, an den eigenen Brustwarzen rumspielen. Mal unabhängig davon, dass das natürlich sehr aufwendig ist und dann auch wunde Brustwarzen daraus resultieren könnten, kann das tatsächlich auch zu einer Überstimulation der Gebärmutter führen. Das heißt, die Gebärmutter zieht sich öfter zusammen. Das Kind könnte Stress im Bauch haben. Du kannst es zu Hause nicht nachvollziehen, weil ihr jetzt keine Herztöne ableiten könnt etc. Deswegen auch hier sind die ein bis drei Stunden mal so ein bisschen in Klammern zu setzen und die Wissenschaft ist sich da relativ uneins, ob das so praktikabel ist. Zweite alternative Methode, Nelkenöl-Tampons. Das hast du sicherlich auch mal gehört, wenn du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Nelkenöl soll erstmal wehenfördernd sein und das ist es auch. Aber man darf es auch nicht unverdünnt anwenden. 50 Tropfen Nelkenöl auf ungefähr 40 Milliliter Mandelöl und dann 5 bis 6 Tropfen auf ein Tampon. Diesen Tampon führst du dir vaginal ein und belässt ihn dort mindestens eine Stunde. Und das Ganze bis zu dreimal am Tag mit mindestens 6 Stunden Abstand dazwischen. Ja, klingt auch ein bisschen aufwendiger. Zum einen muss man natürlich sagen, es sind auch Tampons in der Schwangerschaft. Etwas, was sehr unangenehm sein kann, dadurch, dass das ganze Vaginalwandgewölbe auch geschwollen ist und das Einführen auch unangenehm sein kann, muss man auch aufpassen, dass dieses Nelkenöltampon nicht die Vaginalwende reizt. Und was man auch wissen muss, das Öl könnte zu Reizungen führen. Also wenn du ein Brennen, ein Stechen verspürst, das unangenehm ist, dann lass das Nelkenöltampon lieber sein. Dritte alternative Methode, da können wir beim Öl bleiben, zum Beispiel beim Nelkenöl, aber auch Zimt, Ingwer etc. zum Bauchmassieren. Ja, hochwertige Öle und die Bauchmassage, das ist auch eine gute Kombination. Ätherische Öle, wie wir schon eben gehört haben, können wehenfördernd sein. Durch die mechanische Stimulation des Bauches kann es zu einer Kontraktion der Gebärmutter führen. Die Gebärmutter ist sehr, sehr empfindlich für Berührungen. Das wirst du kennen, wenn du hochschwanger bist und dein Kind davon innen gegenboxt, wird der Bauch oft hart. Und das ist genau das Prinzip. Die Gebärmutter mag keine Berührungen. Und wenn du schön sanft massierst, zum Beispiel im Uhrzeigersinn, dann kann es so führen, dass du Kontraktionen verspürst, was natürlich auch wehenfördernd ist. Grundsätzlich sagt die Wissenschaft bei allen Anwendungen von ätherischen Ölen, ob es jetzt das Nelkenöl-Tampon oder auch die Bauchmassage ist, hier gibt es keinen bewiesenen Nutzen. Aber es kann, außer das Nelkenöl-Tampon macht Beschwerden, auch kaum Nebenwirkungen machen, weswegen man es zu Hause auch getrost anwenden kann, wenn man möchte. Und dann kommen wir zur nächsten alternative Methode. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass du das schon gehört hast. Das Rizinusöl. Rizinusöl im Zusammenhang auch mit einem Wehen-Cocktail. Überlegen wir uns erstmal, was Rizinus ist. Oder du kannst es auch gerne mal googeln. Es ist nämlich im Prinzip nichts anderes als ein Gift für unseren Körper. Unser Körper reagiert auf Gifte, indem er Magenkrämpfe kriegt, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall. Der möchte das also loswerden. In der verdünnten Version führt dieses Rizinusöl im besten Falle nur zu einer Stimulation der Darmperistaltik oder Darmtätigkeit. Wenn es überdosiert wird, kann es natürlich auch zur Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen führen, was, by the way, keine gute Geschichte ist, wenn man kurz vor der Geburt steht, weil hier braucht man alle Energie bei sich und nicht über der Kloschüssel. Und deswegen ist Rizinusöl auch mit absoluter Vorsicht zu genießen. Und in Zusammenhang mit Wehen-Cocktails, die es in allen Arten von Rezepturen gibt, zum Teil sogar mit Schnäpsen oder Sekt oder anderen alkoholischen Getränken, ist absolut obsolet und sollte nicht angewandt werden. Alkohol in der Schwangerschaft und auch wenn es kurz vorm ET ist, ist tabu. Und das ist Fakt. Und dazu gibt es genug Evidenz. Es gibt keine sichere Alkoholmenge in der Schwangerschaft. Gibt es einfach nicht. Selbst der kleinste Schluck Sekt oder das Schnäpschen im Wehen-Cocktail kann Ärger machen. Und deswegen sind Wehen-Cocktails, wo auch noch irgendwelche Alkoholiker zugesetzt sind, absolut gesundheitsgefährdend für das Kind. Was ist jetzt mit Rizinusöl alleine? Da gibt es zwei relativ neue Studien, die schon gezeigt haben, dass wenn Rizinusöl in der richtigen Dosierung angewandt wird, die Frauen innerhalb von 24 bis 48 Stunden Wehen bekommen und dann auch Geburtswehen bekommen. Also wirksam ist es. Die richtige Dosierung zu finden ist sehr individuell und auch wirklich braucht man viel Know-how. Und deswegen alleine zu Hause davon abgeraten. Wenn ihr erfahrene Hebammen habt, könnt ihr Rizinusöl benutzen, aber wirklich mit Vorsicht und nach einer guten Aufklärung deiner Hebamme. Bleiben wir aber beim Darm und beim Stuhlgang. Das ist nämlich nachgewiesen und evidenzbasiert. Stuhlgang ist wehenfördernd. Und hier können zum Beispiel sogenannte Mini-Einläufe, Mini-Clystiers, die man in der Apotheke beziehen kann, helfen, Wehen anzuregen. Der Darm und die Gebärmutter, die sind sehr eng verwoben, nicht nur örtlich, sondern auch was die Botenstoffe angeht. Und Prostaglandin ist ja auch ein großes Schlagwort. Wenn also Prostaglandin ausgeschüttet wird, dann kann das nicht nur dazu führen, dass der Darm sich bewegt und Gas gibt, sondern eben die Gebärmutter ebenso. Was ist jetzt mit Treppen steigen, Fenster putzen, spazieren gehen, Kopfstand machen etc.? Also Bewegung in dem Sinne. Bewegung ist ja grundsätzlich in der Schwangerschaft erstmal gut. Und Kreislaufanregen ist immer gut, ist auch ein gewisses Thromboserisiko in der Schwangerschaft da. Deswegen ist das eine gute Idee. Es gibt aber keine Evidenz dafür, dass es geburtsfördernd oder auch wehenfördernd ist. Natürlich durch diese vertikale Krafteinwirkung, wenn man lange Spaziergänge macht und auch die Bewegung und dem mechanischen Druck, den man da ausgesetzt ist und der Erschütterung, könnte es sein, dass Wehen gefördert werden. Aber es ist kein Weg so, dass die dann auch in Geburtswehen übergehen. Das heißt, der Bauch wird hart, das kennen viele Schwangere. Abends ist es eher so, dass man die Beine hochlegen möchte, weil man so eine Bowlingkugel vor sich her schleppt. Dann wird der Bauch aber meistens schnell wieder weich, sodass Treppen steigen, Fenster putzen eine gute Sache ist. Macht gerne Spaziergänge, ist nicht nur gut für die Seele, sondern eben auch für den Kreislauf. Aber wehenfördernd sind sie wahrscheinlich eher nicht. Akupunktur, WNTs, scharfgewürzte Speisen, ätherische Öle, bitte verdünnt, das sind auch alles alternative Methoden, zu denen es aber auch keine klare Evidenz einer geburtsfördernden Wirkung gibt. Von daher kann das aber auch alles angewandt werden, wenn keine Komplikationen vorliegen. Aber klare Evidenz gibt es eben nicht. Was bleibt dir jetzt abschließend zusammenfassend übrig? Sex, haben wir gehört, ist eine gute Sache. Wehen fördernd, macht Spaß, wenn es noch möglich ist und ihr noch Lust drauf habt, unbedingt. Übrigens auch Masturbation, also Selbstbefriedigung, genau dasselbe Prinzip. Und zweiter Punkt, Stuhlgang hilft auch. Bitte nicht beides zusammen machen, das könnte ein bisschen zu Irritationen führen. Aber ansonsten sind diese zwei Möglichkeiten tatsächlich wehen- und geburtsfördernd. Die anderen Methoden kannst du in den meisten Fällen auch anwenden. Klare Evidenz gibt es eben nicht dazu. Aber es schadet in den meisten Fällen eben auch nicht. Schreib mir doch bitte mal in die Kommentare, was bei dir gut geholfen hat. Welche Methoden? Vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein. Das würde mich brennend interessieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß bis dahin und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020